Wir haben gehört, das Einkommen und der Reichtum sind ungerecht verteilt. Das war übrigens immer schon so oder schon sehr lange so. Es wird nur nicht besser, sondern eher schlimmer. Vor zwei Jahren, da hat Ihr Vorsitzender Gabriel gesagt, CDU und FDP, damals war eben schwarz-gelb, bringen unsere soziale Marktwirtschaft in Gefahr. Sehen Sie das jetzt in diesem Moment auch so, wo die SPD an der Regierung ist? Also wir werden immer vermögender, wie das auch in der Anmoderation gesagt wurde. Aber diese Vermögen sind in Deutschland immer ungleicher verteilt. Und das zeigt die Bundesbankstudie aktuell. Es gibt verschiedene andere Studien, auch international, die Vergleiche machen. Und die zeigen, dass Deutschland in Deutschland amerikanische Verhältnisse herrschen und dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter steigt. Und ich sehe darin eine Gefährdung der sozialen Marktwirtschaft, weil wenn immer mehr Menschen abgehängt sind, wenn die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland faktisch kein Vermögen besitzt, dann kann man wahrlich nicht von sozial sprechen. Und schon stellt sich natürlich die Frage ein, was kann man denn ändern? Die SPD ist an der Regierung, die SPD hat Macht, sie könnte also etwas tun, sie könnte an der Stellschraube Steuern drehen zum Beispiel. Also wir sind an der Regierung, wir haben aber auch einen Koalitionsvertrag, an den man sich halten muss. Aber dieser Koalitionsvertrag hat auch dazu geführt, dass wir endlich in Deutschland einen Mindestlohn haben seit letztem Jahr. Das ist eine Umverteilungskomponente zugunsten eben der ärmeren Bevölkerung. Dann haben wir im Koalitionsvertrag zu stehen, dass wir die Erbschaftssteuer novellieren wollen. Dazu gibt es auch ein Verfassungsgerichtsurteil. Und wir wollen als SPD mit einer höheren Besteuerung von großen Vermögen und Erbschaften eben dazu beitragen, dass auch breite Schultern mehr tragen und für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auch ihren Beitrag leisten. Das ist natürlich noch nicht umgesetzt. Wie erklären Sie sich, dass die SPD ja in zwei Bundesländern quasi marginalisiert worden ist und dass die Profilschärfe der SPD für viele Menschen nicht erkennbar scheint? Ja, das ist leider, die Ergebnisse der Landtagswahlen sind nicht schön. Für uns Sozialdemokraten sind sie auch nicht akzeptabel. Wir müssen stärker profilschärfen, deshalb auch dieses Papier. Vielen Menschen ist nicht mehr ganz genau klar, wofür die SPD steht. Und wir müssen immer wieder als SPD die Verteilungsfrage stellen, damit wir eben der sozialen Marktwirtschaft gerecht werden und auch dazu beitragen, dass eben viele Menschen auch vom Wohlstand Deutschlands profitieren. Ja, aber das sollten Sie dann ja eben halt auch tun. Wollen Sie denn eine Reichensteuer? Wir als SPD möchten eine höhere Besteuerung von Erbschaften und Vermögen. Dafür setzen wir uns ein im Bundestag. Ich bin selbst Berichterstatterin im Finanzausschuss. Und leider blockt es an der CSU, hier eine Einigung zu erzielen, die auch dazu beiträgt. Wir haben im Wahlkampf 2013 ein Wahlprogramm gehabt, das für einen höheren Spitzensteuersatz geworben hat, für die Wiederbelebung der Vermögensteuer, eben für eine Umverteilung durch vermögensbezogene Steuern, die im internationalen Vergleich ja relativ niedrig sind. Wir liegen mit unseren vermögensbezogenen Steuern unter den Steuersätzen in den USA. Also gute Vorsätze, aber der Koalitionspartner verhindert es. So ist es. Gut, danke schön, Frau Jill Peete. Das war die Bundestagsabgeordnete hier aus Berlin, die sich auch dafür einsetzt, dass die SPD vielleicht ihre Aufgabe, nämlich des sozialen Ausgleiches, wieder stärker wahrnimmt, das Profil schärft. Wir werden sehen im nächsten Wahlkampf dann.